So hallo und herzlich willkommen zum Soundcheck Ford Mustang 2015. Das ist jetzt der zweite Versuch, das aufzunehmen. Beim ersten Mal hat es leider nicht funktioniert. Ich werde das mit dem Handy aufnehmen, einfach in der Halterung. Samsung Galaxy S5. Und einmal werde ich es versuchen, einfach nur mit dem normalen Handy-Mikrofon und dann mit meinem Ansteck-Mikrofon zusätzlich. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Das ist quasi Feldversuch. Wir werden sehen. So, dann kommen wir mal zum Motorsound. Erst außen, dann innen. So, jetzt mal ein paar Töne während der Fahrt. Natürlich nur aufgenommen mit dem Telefon. Es ist ein bisschen schwierig, den Sound einzufangen. Fahrbahnhindernis. Fahrbahnhof. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war der Ford Mustang 2015 EcoBoost Soundcheck Musik und auch Motorsound War ein bisschen schwierig aufzunehmen Hoffe ihr habt trotzdem Spaß beim Anschauen gehabt Ansonsten wenn es euch gefallen hat Daumen hoch und vielleicht abonnieren Und wünsche in die Kommentare Und bis zum nächsten Mal